Das Pfannkuchen-Boot. Auch die Wahl. Wir haben keine Wahl. Wir müssen. Ein riesiges, ein riesiges Boot. Und da sind die zwei Schiffsjungen von Bonteku. Der Linkse ist sehr, sehr klug. Hat seinen Trinken pensioniert. Das ist ein normaler Blick. Er sieht mich nicht. Und hier, der andere Junge ist ein langer Junge und traut, weil er nicht isst. Er kann noch nicht essen. Essen. Die Pfannkuchen sind noch nicht fertig. Darum ist er sehr traurig. Und von wem haben die beiden Jungs das? Das ist ja die Mutter. Die hat ein Thema Ferien bedacht. Alles hat mit Essen zu tun. Mama hat geäten. Und das ist die Tochter. Die denkt ja ebenso. Ja, guteigkeiten. Gut bei dir. Das war die Stadt. Kinoérence vor. Ich will nicht viel sagen, aber die Hercos macht nicht viel. Diese haben wir auch noch. Huizermierin Gadejong. Nicht so rar. Blauwe denn. Kijk, das ist die junge Dame von das Gezind. Hier bist du. Nee. Hallo. Hallo dan. Kort kopje. Hey Hans. Hallo. 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 Hallo.